Heiho und willkommen zurück meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu A Game of Dwarfs. Ja, das Geschrei geht schon los. Und ja, wir sind wieder in den Katakomben, wie wir jetzt zu unserem schönen Heim umfunktioniert haben. Wie man sehr schön sehen kann. Und die würde ich gerne aufwerten. Das kostet mich allerdings noch 6 Mauersteine. Was wir hier unten ja finden. Ist nur die Frage, ob unsere Gräber, unsere beiden, auch dahin finden. Gucken wir mal, wo die beiden überhaupt stecken. Ja, sie finden dahin. Gut. Hier wäre noch ein bisschen Gold, wenn wir es bräuchten. Wir haben drei Forschungspunkte. Hm. Wir könnten das hier zu Ende machen, aber nö, ich würde gerne auf zwergische Vorbilder gehen erst einmal. Wenn alle Zwerge besser arbeiten, ist das immer gut. So, die Tafel, da leuchtet wieder, obwohl wir sie schon benutzt haben. Das ist aber nicht so schlimm. Wir müssen jetzt eher erst mal gucken, dass wir die anderen Räume hier oben dann clear machen. Okay, hinter... Nein, so will ich nicht graben. Hinter dem Titan ist noch Platin. Wahrscheinlich wieder eine 2x2 Ader. Wie viel gibt es jetzt eigentlich ein Platin vorkommen? So, jetzt kann ich schon mal Gelddruckerei machen. Ja, es ist auf jeden Fall eine größere Ader Platin. Das heißt, um Geld brauchen wir uns jetzt schon mal keine so großen Gedanken mehr machen. Wir kriegen nämlich kontinuierlich Geld rein. Und ja, du bist der Neuling. Bist aber schon mal Level 7, das ist gut. Weil wir haben ja in der letzten Aufnahme-Session einen Zwerg verloren gehabt. Ein Bergarbeiterzwerg, der sich irgendwo in der Ecke buxiert hat. Und dann einfach getötet wurde von lebendigen Goblins. Nicht von Untoten. Drachenblut ist immer noch teuer. Das soll mir gleich sein. Hier unten ist nämlich eine schöne Ader Drachenblut. und Mauerstein. Nur leider scheine ich damit in das Untergeschoss rein zu graben. Was nicht so gut ist. Aber ja, das können wir auch irgendwie lösen. Genau, hier ist eine Org-Behausung mit noch mehr Drachenblut. Platin, Mauerstein. Oh, das ist ja schön. Und Gold natürlich. So reiben wir hier erst mal alles aus. Nahrung, Holz, Gold, alles. Schicken dann die Armee rein. Bevor der Zwerg, der jetzt gerade in Nirvana gefallen ist, Probleme kriegt. Jo, alles abknallen. So, und wir brauchen den Leiter. Nach oben, bitte. So, dann hätte ich von unten gerne das Drachenblut abgebaut. Hier wäre noch mal Titan. Und ja, was Trainingsfiguren angeht. Äh, nein, nein. Hier hoch, bitte. Da wir jetzt so viel Titan haben und eigentlich gar kein Titan mit brauchen, gibt es jetzt Titan-Trainingsfiguren für alle. Oh, am besten noch zwei mehr. So, dann können die nämlich noch ordentlich trainieren. Die, die alle von da unten kommen. Oh, hier ist wirklich viel Drachenblut und Mauerstein in den Wänden. In der Decke, bisher gesagt. Das meiste können wir allerdings von unten ausgraben. Also denke ich mal, dass wir genug haben, um meine beiden letzten auch super abzugraden. Dann haben wir eine ziemlich kampfstarke Vierertruppe, die es eigentlich mit fast allem hier unten aufnehmen dürfte. Mit Heroismus sogar, mit allem. Weil dann werden Org-Häuptlinge, Magier, alles mal weggenatzt. Wobei es hier ja eh keine Magier gibt. So, jetzt haben wir erst mal Arbeitseffizienz. Ja, und ich muss mir demnächst mal überlegen, wo ich... Obwohl, bräuchte ich eine Außenpost? Ich meine, wir sind jetzt ganz unten eigentlich angekommen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch den Raum hier drüben. Da ist sogar noch mal Titan in der Decke. So. Titan. Alles Außenklar. Noch mehr Titan. Hm. Und ja, Arbeitseffizienz ist wirklich effizient. Dann das nächste Heroismus unter Pflanzenlanglebigkeit und dann kann ich in den anderen Zweigen forschen. So, buddeln wir das als nächstes aus. Oh, hier wäre übrigens noch das Platin, was ich letztes Mal markiert hatte, aber die Markierung ist wohl durchs Neuladen weggegangen. ist aber auch halb so schlimm. Als nächstes muss ich irgendwann mal gucken, dass ich in die Richtung komme, aber erst mal will ich... Ja, hier kann ich weitergraben als nächstes. Ja, aber erst mal muss ich hier nach meinem Zwerg auf meine Zwerge achten. So, der hat schon wieder Hunger. Hier brauchen wir eine Leiter. So, dass man da nach oben an das Titan rankommt. Und hier mache ich auch mal noch ein bisschen mehr, weil hinterher wahrscheinlich wieder der 2x2-Ader ist. Beziehungsweise 2x2-Cluster. Oh, hier ist noch Turmbalin. So, Heroismus ist freigeschalten. Und die sind hier wirklich fleißig am trainieren. So, ich habe mehr als genug Drachenblut, um dich auch noch abzugraben. Also, ja. Ich habe jetzt wirklich kampfstarke Truppe, auch wenn der eine eben noch rumschreit. Ja, da drüben nach oben. Da drüben könnte ich mich auch noch hingraben. Und ja, hier rüber. Von hier nach hier nach hier, ja. Und natürlich nach da. Mein zweiter Bergarbeiter kommt auch schon wieder. Gut. Vielleicht mal mein Militär bereithalten, ob es hier unten noch mehr Goblins gibt. Oder ob ich wieder eine Gruft grabe, was unwahrscheinlich ist. Nein, ich habe einen Ork heute gewonnen. Da, kümmert euch um den Ork heute klingen. Ja, da kümmert ihr euch gut drum. Schön, dass die beiden das gerade alleine holen. Oh. So, sacken wir mal alles ein, was dem Ork gehörte. Und dann wären wir hier unten eigentlich fertig. Aber da drüben ist nochmal eine Höhle, in die wir reingraben können. Na, kommt, grabt auch noch das Mauerwerk aus. So, jetzt sind meine Pflanzen schon mal besser. Wir haben eh genug Holz jetzt. Und graben. Ja, die sind schon wieder super trainieren. Und wenn ich mir das so ansehe, haben wir noch mehr als genug vor uns. So, da sind wir fertig. Das heißt... Oh. Hier nach oben natürlich. Graben wir einfach mal hier in der ehemaligen Höhle hier rum. Und da hinten ist nochmal eine Höhle. Ah, und auch ein Ork-Häuptling. Ein Ork-Häuptling, der ziemlich viele Ressourcen bewacht, muss ich sagen. Deswegen sollten wir mal loswerden.